Ja, servus die Mal und grüß euch die Buben. Ja, ist am Gepäck gesetzt. Ich komme gerade von einem Oberleiter. Das Video habt ihr vielleicht schon gesehen, wenn nicht, verlinke ich euch aus der Oman. Ja, und warum dieses Video? Es geht für mich in die Sommerpause, ganz einfach. Und zwar die Zugriffszahlen an meine Videos sind in Kölner gefallen. Sommerzeit ist eh klar. Wird natürlich auch nicht so viel geschaut und das war sowieso einmal ein ausschlaggebender Grund für mich. Ich will sowieso ein bisschen mehr mit meinem E-Bike fahren und das werde ich auch so mitmachen. Ja, ich schätze, ich habe noch ein oder zwei Videos in der Hinterhand, die kann ich noch einspielen. Und weiß ich auch nicht, ob ich beim Radfahren die Kamera mitnehme oder auch nicht. Letzte Zeit habe ich es nicht mitgehabt. Kann man sich mehr auf das Fahren konzentrieren und auf die Gegend. Muss man nicht dauernd alles aufnehmen. Ja, Handyfotos gibt es. Wer mir auf Instagram folgt, wird dort sicher einiges noch sehen und auch in Zukunft sehen. Und ja, das war's eigentlich. Ich schätze, einige von euch, oder viele, werden wahrscheinlich schon auf Urlaub sein. Dadurch auch die Zugriffszahlen in Kölner gefallen. Und ist halt so. Im Sommer macht jeder Urlaub. Nein, 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 nicht. So will auch so sein. In dem Sinn kann ich noch jeden wünschen, der, was jetzt in Urlaub ist, habt ihr noch eine schöne Zeit. Der, was den Urlaub schon hinter sich hat, schade, aber es kommt ja wieder ein neuer. Nächstes Jahr kommt er auch noch. Und diejenigen, die den Urlaub noch vor sich haben, denen wünsche ich einen wunderschönen Urlaub auch. Und in dem Sinn verabschiede ich mich in die Sommerpause. Ich wünsche euch noch was. Servus die Mahlen und Pfiat euch die Wurmen.